Selbstschuld, ganz ehrlich! Mann! 3-1, 15 Minuten noch! Bitte, lass da was gehen! Warum nicht vorher? Wir wollen aber nicht, das ist unser Problem! Wir wollen nicht, ich hab das Gefühl, wir wollen einfach nicht! Ich bin viel zu achtenlos! Mutter Putz, Leute, nächste Woche! Scheiße! Was geht ab, Freunde? Willkommen zum 23. Spieltag! Ja, es geht heute gegen Blattbach! Letzte Woche gegen Bayern gewonnen! Ich glaub's immer noch nicht, aber es ist wahr! Es ist wirklich wahr! Und hoffentlich fahren wir heute die nächsten drei Punkte ein! Ich wünsche euch viel Spaß beim Video! Lasst sofort lachen, Abo, Like und folgt auf Instagram! Viel Spaß! So, hier hab ich den Sami getroffen! Sami, was tippst du für das heutige Spiel? 3-1, 15 Minuten! Stark! Und, wer ist dein Lieblingsspieler? Ah, Masowicz! Stark, Junge! Okay, ich wünsch dir viel Spaß, Junge! So, in Gladbach jetzt reingekommen! Da ist das Tor! Und guckt euch das mal an! Wie voll ist das denn hier bitte? Hier geht's Richtung Oberrang! Ich sitz aber Block 9! Das ist, glaub ich, da hinten irgendwo! Ja, dann gehen wir mal weiter und gucken, was es hier so gibt! Hier gibt's auf jeden Fall reichlich Bier! Also, hier in Gladbach ist es so! Auf der einen Seite gibt's hier was zu trinken! Und auf der Seite, da hinten, da gibt's was zu essen! Mein Block ist genau da! Block 9! Gehen wir mal gleich hoch! Aber erstmal holen wir uns was zu essen, ich hab echt Hunger! So, hab mir eine Pommes geholt! Schnitzel, Ketchup, Senf! Ja, gönnen wir uns mal! Jetzt bin ich mal gespannt! Boah, ist ne mega Aussicht! Mega Aussicht! Guckt euch das an! Und da hinten sind die Bochumer! Da hinten sind die Bochumer! Kann sich doch sehen lassen, oder nicht? Ja, die Gladbacher Fans sind nicht ohne! Ja, und wir sind natürlich auch da! So, und wie immer nehmen wir den Anschluss mit Let's Go Bochum! Halleluja! 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 Komm jetzt Tor, bitte! Dritte Minute! Komm! Halleluja! Halleluja! Ja! Ja, Mann! Ja! Ja! Geil! Dritte Minute 1-0! Genau so weiter! Ich sitz hier zwischen! Hallen Gladbacher! Aber egal! Weiter! Komm! Sag mir nicht abseits oder so jetzt! Oh nein! Ja, was soll denn schon passiert sein? Also ich konnte von hier oben nichts erkennen! Ja? Ach du Scheiße! Keine Ahnung! Ich weiß nicht, was passiert ist! Schreibt's gerne in die Kommentare! Ich hab's nicht gesehen! Vorsichtig jetzt, Mann! Krass! Ja! Ja! Dicke Chance, Gerdbach! Gerade noch der Tor geschossen! Irgendwann war er und jetzt sofort danach, Dicke Chance! Ja! Ja! Gut, dass er ihn nicht richtig trifft. Mach ihn! Nein! Es warst eine dicke Chance. Es warst eine dicke Chance wieder unten. Daneben. Es ist jetzt leider viel zu haben, was viel zu haben ist. Was ist er? DerПatult ist in der Jungen. Er ist ein Wunsch! Er ist ein Wunsch! Da schaue ich euch selber. Ja! Ich bin schnell! Ich bin schnell! Ich bin schnell! Ich bin schnell! Ich bin schnell. Ich habe nur gesehen, dass die ineinander geknallt sind, aber Elfmeter, die liegen beide da. Wir wollen aber auch nicht, das ist unser Problem. Ich habe das Gefühl, wir wollen einfach nicht. Wir spielen viel zu harmlos. Also das darf auf jeden Fall kein Elfmeter geben. Ich habe es jetzt gesehen, der geht mit gestreckten Beinen in den Bochum, der schon auf dem Boden liegt, in Gamboa rein. Das ist kein Elfmeter. Wenn er jetzt Elfmeter gibt, dann falle ich echt vom Glauben ab. So, jetzt bin ich mal gespannt. Elfmeter? Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht glauben. Das ist kein Elfmeter. Schreibt ihr gerne rein, wie seht ihr das? Aber das ist kein Elfmeter gewesen. Komm Riemann, halt den Junge. Komm! Guckt den aus. Ja! Entschuldigung, ganz ehrlich. Mann! Nein! Nein! Ich kenne toll, ich kenne wirklich weinen. Das kann nicht sein. Die gehen immer knapp daneben am Pfosten vorbei. Mann, Mann, das muss auf jeden Fall besser werden. Das war doch Baul! Er entzieht ihn doch! Ich sag doch, das war ein Baul, er hat ihn gezogen. Er wollte zum Ball, der Orez. Mann, 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 kann doch nicht alles gegen uns sein hier. Er hat ihn gezogen, hinten am Trikot, wo Orez zum Ball laufen wollte. Ey, wenn er das jetzt nicht sieht, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja, gib ihm ne Gelbe, ja! Selbst schuld, du ***! Ja, ja! Ja, Junge, ja! Hab ich doch gesagt! Schlimm wäre, wenn nicht! Ohne Scheiß, schlimm wäre, wenn nicht! Auf geht's mit der zweiten Halbzeit! Komm, Vofel, da geht doch was! So stark ist Gladbach gar nicht! Komm jetzt aber, komm! Komm, Vofel! Komm, Vofel! Komm, Vofel, komm! Komm, Vofel, komm! Schön! Schön, Stöcki! Schieß! Aaaaai! Aaaaai! Ah, ich hab's kaum gesehen! 2-0! Ben Sopps ist gelutscht! Scheiße! Komm, 3-1! 15 Minuten noch! Bitte, lass da was gehen! Warum nicht vorher? Fällig! 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 Mann! Schlafen! Das darf nicht wahr sein! Was ist los? Oh, 4-2! Konnte ich nicht filmen! Der stand genau vor mir! Mann! Egal, 4-2! Munt anputzen, Leute! Der nächste Montag! Scheiße! Mann! 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 Ja, Freunde, was soll ich sagen! Das Phänomen Auswärtsspiele geht weiter! Wir müssen das nächste Mal besser machen! Ja, egal! Wir sehen uns nächste Woche dann! Einfach abhaken! Abhaken! Haut rein! Bleibt gesund! Ciao, ciao!